Die neue Basketball-Simulation von 2K Sports soll mal wieder neue Maßstäbe in Basketball setzen. Kommen wir zu Resident Evil 6, nachdem der fünfte Teil nur semi-gruselig war, hoffen wir, dass der sechste Teil wieder an alter Stärke gewinnt und wieder etwas gruseliger wird. Es ist nicht mein Falt. Ich... Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich... Ich... Als nächstes macht XCOM Enemy Unknown den nächsten Part. Das Spin-Off zu dem 1994 erschienenen Strategiespiel von Micropose kommt auf den PC. Wir hoffen, dass es wieder so gut wie wieder das Original. Die ersten Trader von Dishonored sahen eher aus wie Assassin's Creed meets Bioshock. Erste Ingame-Bilder versprachen eine Menge Action, doch ob es wirklich so fesselt wird, ist noch fraglich. Kommen wir zu Metal of Honor Warfighter. Juhu, noch ein Ego-Foot. Irgendwie begeistert uns Metal of Honor nicht mehr so krass wie früher. Doch Fans können sich natürlich auf den neuen Teil von Metal of Honor freuen. Assassin's Creed 3, alle Jahre wieder, ja. Assassin's Creed 3 endlich mit neuem Helden und neuem Setteln. Aber ob die Qualität von Assassin's Creed an seinen Vorgänger anknüpfen kann, ist noch fraglich. Wir haben die Qualität von Benedikt. Die Qualität von Geist-Offus. Kommen wir zu Need for Speed Most Wanted 2. Hoffentlich mal wieder ein gutes Need for Speed. Oder fand hier irgendjemand, der war gut? Das war's auch mit MyDiga Releases zum Oktober. Besucht auch unseren Forum auf mydiga.com, wenn es das nächste Mal heißt MyDiga.